Was waren Sie, bevor Sie ein Mensch waren? Das würde Sie nur erschrecken. Er kam, um uns zu warnen. Wir kriegen von überall her Bilder dieser Sphären. Haben Sie Kenntnis von einem bevorstehenden Angriff auf den Planeten Erde? Ja. Wir hätten zuhören sollen. Warum sind Sie auf unseren Planeten gekommen? Euren Planeten? Ich will verstehen, was hier passiert. Wenn die menschliche Rasse stirbt, wird die Erde überleben. Wir können uns ändern. Die Entscheidung ist gefallen. Sie könnten das alles aufhalten. Wenn Sie wollten, könnten Sie es. Der Prozess hat begonnen. Oh Gott. Wohin fliegt der? Überall. Den werden wir es zeigen. Es kann losgehen. Was zum Teufel ist das? Sie können es nicht aufhalten? Das weiß ich nicht. Wir dachten, die Erde gehört uns. Wir haben uns getäuscht. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Ab 11. Dezember im Kino. Alle reden nur laut, weil ihr euch selber nicht glaubt. Geht ihr der Leere entgegen? Ihr habt die Erde beraubt und nicht zurückgegeben. Bis zum Teufel ist das? Bis zum Teufel ist das? Untertitelung des ZDF, 2020